Guten Morgen zusammen. Die volle Suppe. Also gestern ist irgendwie mein Handy explodiert. Vielen Dank für die Glückwünsche von jeder Seite, wo auch immer die herkommen. Also danke an euch. Schon eine coole Stimmung irgendwie. Aber zur Stimmung. Die Stimmung bei den Bauern ist recht aufgeladen. Und ich denke zu mir, was ein Wunderfuss. Was ein Wunderfuss. Schon eine coole Stimmung. Aber zur Stimmung. Die Stimmung bei den Bauern ist recht aufgeladen. Heute ist ja der Streiktag. Wir werden uns selber nicht beteiligen. Wir haben damals beim Milchstreik mitgemacht. Ich weiß einfach nicht, ob das sowas bringt. Keine Ahnung. Also wir beteiligen uns nicht. Kann man jetzt darüber streiten, ob man es machen müsste. Ich weiß es einfach nicht. Auf der anderen Seite ist es extrem gut, dass es welche machen. Damit einfach außen mal ein bisschen auf die Lage von der Landwirtschaft hingewiesen wird. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Wir sind jetzt mit unserem Projekt vielleicht privilegiert. Weiß ich nicht. Der ein oder andere Familienbetrieb hat wirklich Bock mäßig zu kämpfen. Und es wird halt außen nicht gesehen. Also bei uns ist immer gesagt, ihr macht das ja super. Und ihr seid ein Beispielbetrieb. Das ist Käse. Also die ganzen Betriebe außen rum, die wirtschaften alle nachhaltig. Und da weiß ich echt nicht, wann da so ein, irgendwo so ein, diese Stimmung aufgekommen ist. Also schwierig. Also da fällt mir auch immer gar nicht so wirklich was dazu ein. Also wo du sagen könntest, das war der Auslöser und das müssten wir ändern. Wenn man es sich so anschaut, die deutsche Landwirtschaft ist mit eine von den nachhaltigsten Landwirtschaften, die weltweit da sind. Ich habe immer den Eindruck, dass wir, dass es den Deutschen einfach manchmal ein bisschen zu gut geht. Also das ist mein großer Eindruck. Also wir machen uns da Gedanken. Ist ja auch gut, dass wir uns Gedanken machen. Gar keine Frage. Aber wir machen uns über manche Sachen Gedanken. Andere sind froh, wenn sie das zum Essen hätten, was wir wegschmeißen. Vielleicht wacht man bei der Demo heute der ein oder andere auf. Weiß ich nicht. Wir machen uns mal ein Kaffee trinken und dann gucken wir mal, vielleicht fällt mir da noch was dazu ein. Also bis gleich. So vom Kaffee zurück. Also wie gesagt, ich weiß echt nicht, was da in Deutschland passiert ist, dass die Bauern so schlecht dastehen. Das ist, sagen wir es mal so, es ist halt einfach. Also jetzt zum Beispiel mit den erhöhten Nitratwerten überall. Jetzt hat man doch auf einmal festgestellt, dass das gar nicht so von den Bauern, oder nicht nur von den Bauern kommen kann. Und dass trotz weiteren Stickstoffeinschränkungen bzw. weiteren Düngeeinschränkungen der Nitratwert noch steigt. Noch steigt. Vielleicht müsste man sich doch mal an die Kanalisation ran wagen. Auch wenn es den Städten und den Kommunen allen gefällt. Aber letzten Endes, wir haben überall, wir bezahlen überall dafür, also unsere Steuern und unsere Abwassergebühren sind ja dafür da, dieses öffentliche Netz zu unterhalten. Oder zum Teil dazu da, das Netz zu unterhalten. Also wäre vielleicht mal wirklich zum Überlegen, dass man da rangeht. Also wenn ihr mal schaut, was bei Fahrsiloanlagen und sowas eingehalten werden muss. Und man weiß ja, dass die alten Kanäle zu einem nicht unerheblichen Teil undicht sind. Also da weiß ich nicht, wie das die komplette Landwirtschaft auffangen soll. Den Scheiß von 80 Millionen Bundesbürgern. Also es ist, ja, schwierig. Was will ich da viel dazu sagen? Also das muss man einfach sacken lassen. Und mal richtig drüber nachdenken. Vielleicht müsste man dann auch das Geld manchmal nicht so im Staat dumm verblödeln, sondern man könnte es effektiv dazu einsetzen. Und klar ist es nicht spaßig, wenn überall die Straßen aufgerissen werden. Aber da muss halt mal ein bisschen mit Gas agiert werden. Wir können auch nicht drei Jahre irgendeine Baustelle machen. Weil da wären wir dann pleite, wenn wir drei Jahre eine Baustelle machen. Also muss halt manchmal ein bisschen mit Gas agiert werden. Und vielleicht die sinnvolleren Sachen vorgezogen werden. Tja, das würden wir wohl so schnell nicht ändern. Das ist das Problem. Aber jetzt mal noch zu den Südenköcken zurückzukommen. Vorhin, wie schon gesagt, viele sagen, wir sind so ein Musterbeispiel für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Schaut euch mal die Betriebe draußen um. Es kann nicht sein, dass nur ein paar weiße Schafe da sind und nur schwarze. Es ist genau andersrum. Es sind extrem viele Bauern da. Eigentlich sind es fast alle, die sauber und anständig wirtschaften, nachhaltig wirtschaften. Und es sind ein paar, die es halt nicht machen. Und das fällt auf die ganze Branche zurück. Und das kann einfach nicht sein. Nur so zur Überlegung. Also wir in der Landwirtschaft produzieren Lebensmittel, ja. Und man darf nicht davon ausgehen, dass wir da irgendwo einen Bürger vergiften wollen. Warum? Verstehe ich nicht. Also wir konsumieren die ganzen Sachen, die wir produzieren und die wir handeln auch selber. Also kurze Überlegung würde da ausreichen. Ich glaube, ich wiederhole mich schon. Naja, egal. Also, jetzt machen wir auf jeden Fall noch Futter. Dann geht es auf der Baustelle heute wieder mit riesen Schritten voran. Hoffen wir riesen Schritten. Also, für unseren Heizer da sind die Rohre aktuell so groß. Das ist echt strange. Aber es macht echt Spaß, das Wachsen zu sehen. Muss ich echt sagen, das ist cool. Genau. So, dann bis gleich. So, wir haben den Begleitkorso. Unser Hund ist nämlich etwas groß geraten schon. Der passt nicht mehr auf den Schlepper rauf. Da werden unser Fahrer sagen immer, kauf dir einen gescheiten Schlepper, wo der Hund draufpasst. Aber, nee. Ich glaube, der geht schon wieder Mist grogern. So ein Fracker. Nee, unser Hund ist schon cool. Wir machen dann irgendwann mal ein Flöckchen oder so. Hahaha. Flocki im Flock. Oh yeah. Nee, das ist schon ein echt cooler Hund, muss man sagen. Wir sind jetzt mal am Acker bei unserer Hörse, die wir noch nicht stehen haben lassen. Recht spät gesät. Wir haben da jetzt ein verwegenes Projekt vor. Und zwar haben wir einen Hühnerstall angeboten bekommen. Also, das heißt, einen mobilen Hühnerstall. Hier einzäunen. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Vor allem hätten die Hennen dann für die Greifvögel oder vor den Greifvögeln schon ein bisschen Schutz. Hätten die ganze Zeit was zum Ziehen. Also wäre ja eigentlich zu überlegen. Also das ist mal so ein Grundgedanke, was wir da gerade hegen. Schaut so. Ein schuldbewusster Ausbüxer. Was sag ich noch? Cooler Hund? Nicht mehr in Sudankras. Sollen die Hennen rein und nicht der Hund. Ne? Erst einmal das Dach dicht, ne? Mit Mutwellen. Hab ich schon gemacht. So, jetzt kommt die scharfe Baukontrolle. Hahaha. Müssen wir mal gucken, was die da fabrizieren. Jetzt haben wir auch so einen Kamin da drauf. Ach ey. Wir sind jetzt Bock spät heimkommen. Wir waren jetzt gerade Hühnermobil anschauen. Haha. Jetzt zeig ich mal was. Was? Ist das nicht mega? Ist das die Küche für unsere Mitarbeiter? Und was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Ah. Auch noch mal ganz fertig. Im Seminarraum. Ist das nicht mega? Ich find's geil. Und unsere Heizerer waren heute auch nach anfänglicher Verzweiflung glaube ich noch ganz gut am Werk. Oder? Was denkt ihr? Sieht ziemlich. Achso. Man sieht es gar nicht so, dass die so dick sind, ne? Pass mal auf. Die sind schon dick. Und massiv geht auch. Also man kann sie ja drauf stellen. Also. Der Hans wird die nächsten 3-4 Tage noch verzweifeln. Die müssen auch noch drauf. Das wird noch spaßig. Naja. Aber ich glaube er hat alles ganz sauber gemacht, oder? So. Ich glaube ich habe jetzt schon das fünfte Mal Unglück durch die Leiter durch, ne? Achja. So. So. Da oben kann es auch nicht mehr rein regnen. Sag mal wie krass ist das denn? Die GoPro kann keine LEDs ab, oder wie? So. Also. Dann. Bis morgen früh. Das ist die frühmorgendliche Begrüßung. Undi. Undi. Was ist da? Was ist da? Undi. 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 Ich habe hier angeschaut. Das wir uns wahrscheinlich holen wollen. Ist halt gebrauchtes. Für 700 Hennen. Jetzt muss ich erstmal noch klären, was wir da machen müssen. Weil Deutschland ist ja so immer nicht ganz einfach mit Gesetze. Und mobil braucht man eigentlich keine Genehmigung. Aber total mobil vielleicht schon. Und weiß was ich mehr. Also ich schreibe auch dem Papst noch. Ob man die Hälfte taufen müssen. Das weiß ich noch nicht. Ne. Schmarrn. Aber man muss einfach ein paar Amtsstellen einfach befragen. Ob die. Beziehungsweise. Ob es vielleicht auch mit Bescheid reicht. Also dass man einfach einen Dreizeiler reinschreiben. Wir sind jetzt unter den Immobilistallbetreiber gegangen. Dann würde ich schon sehen. Dass er wieder. Oh. Herr Bauer. Warum machen Sie das? Aber. Ne. Also wir müssen jetzt einfach erfragen. Was wir da dürfen. Was wir nicht dürfen. Und. Ja. Auf jeden Fall hatten wir auf der Fahrt wieder genug Zeit. Die Welt zu verbessern. Ne. Aber zumindest Ursachenforschung zu betreiben. Und Steffi hat dann noch gestern gemeint. Naja. Ein großer Grund ist warum man die Kanäle angeht. Politiker wollen wiedergewählt werden. Und letzten Endes. Der Kanal. Muss ja von allen bezahlt werden. Insofern ist es ja viel einfacher. So die Bauern zu sagen. Passt auf. Ihr seid die Verursacher von den Drahtproblemen. Kriegt ihr das mal in den Griff. Ob unsere Kanäle auslaufen. Das ist eigentlich mal scheißegal. Ne. So sagen wird es keiner. Aber. Es ist halt leider einfach mal so. Das zeigen ja auch unabhängige Studien. Ja. Und deswegen. Schauen wir mal wann da Besserung in Sicht ist. So. Ich glaube. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Wir haben es der GoPro beigebracht sich zu drehen. Jetzt weiß ich auch nicht mehr wo stehen geblieben sind. Achja. Ähm. Ja. Ich vergleiche das immer. Äh. Mit dem. Wenn der Betrunkene. Äh. Unter der Tanne seinen Schlüssel sucht. Und der Polizist kommt vorbei und sagt. Ähm. Ja. So. Es fällt schon wieder. Schätzchen. Juhu. Bis dann. So. Wir müssen jetzt mal überzeugend wirken. Und zwar. Überzeugend auf die Leitung da. Es kann sein, dass wir den großen Überzeuger brauchen. Also die muss irgendwie da rüber. Mal gucken. . Ichлонze die Mondraherin� Leitung. Gut, was ihr seid? So groß mussten wir gar nicht überzeugen und Hebel ist ja bekanntlich durch nichts zu ersetzen, außer doch einen größeren Hebel. Na ja, schaut doch gar nicht so schlecht aus, oder? Ja, aber der Hans wieder schenten. Na ja, ich find's gut. So, jetzt geht's weiter. Wasser für die Kühe umklemmen, dass wir am neuen Stahlgang gleich das Wasser sauber haben. Eine Behelfsleitung umklemmen zur nächsten Behelfsleitung. Leitungen anziehen an sich ist ja recht einfach, ne? Aber bis die dann am Schluss da sind, wo sie hin sollen, ist das manchmal echt fuck. Und wenn mir die GoPro jetzt da runterfällt, dann liegt die 40 Meter tiefen Brunner drin. Irgendwann sollte man seinen Profi machen lassen, ne? Der Flo sagt jetzt mal, ey, das habe ich mir schon lange gedacht. Also, tun wir mal reinpfuschen. Ich höre das Glück an. Ich habe schon wieder Angst, dass ich dann schon wieder umziehen darf. Ach, mei. Warum mache ich eigentlich ich diese ganzen? Ich meine, da ist bloß Wasser, da ist nicht so schlimm. Aber irgendwie mache ich immer die Drecksjobs. Irgendwie ist das einhändig immer schwierig, ne? Hauptsache die Kamera läuft. Ohne Sauerei. Danke. Tschüss. Jetzt kommen wir in unser Waschbecken. Dann kann der Hans weitermachen. Langsam wird es doch. Langsam sieht man auch, was es wird. Aber wirklich nur langsam. Jetzt nochmal zu gestern, würde mich echt mal interessieren, schreibt es mal hier in die Kommentare rein, wie ihr darüber denkt. Und es sind ja eigentlich Landwirte auch dabei, wie das auch so ausschaut. Also, schreibt es mal unten in die Kommentare rein, was ihr so über gestern denkt. Würde mich echt interessieren. Also, heute bockstressig. Ständig irgendwas anders. Eigentlich bringe ich gar nichts zusammen. Ich glaube, ich habe nicht einmal die andere Wasserleitung ganz zusammengekriegt. Klar, die haben noch gefehlt. Aber es ist ständig irgendwas anders. Heute gibt es nichts mehr. Heute habe ich keine Lust mehr. Nichts geht voran. Bagger tropft. Lauter Scheiß. Na ja. Aber morgen ist dann wohl ab drin. Bis zum nächsten Mal.